Bei The Voice Kids bleibt alles so, wie es ist. Seit 2013 wird die beliebte Musik-Casting-Show in Deutschland ausgestrahlt. In der Sendung zeigen die kleinen Sängerinnen und Sänger, sie haben es mindestens genauso drauf wie die Großen. The Voice Kids 2022 gewann die elfjährige Georgia. Im Frühjahr 2023 startet die elfte Staffel der Show. Jetzt wurde bekannt, dass sich an der Jury-Konstellation nichts ändern wird. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal von The Voice Kids wurde bestätigt, dass in der kommenden Staffel erneut folgende Juroren in der Jury sitzen werden. Vincent Weiss 29, Lena Meyer-Landrut 31, Smudo 54, Michi Beck 54 und Alvaro Soler 31. In der Kommentarspalte verkündeten die Juroren bereits ihre große Freude darüber, wieder dabei sein zu dürfen. Boho, schrieben Smudo und Michi von den Fantastischen Vier, während Vincent und Alvaro ihre Begeisterung mit Amoyis ausdrücken. Die diesjährige Gewinnerin der Staffel war Georgia aus dem Team Smudo und Michi. Im Finale performte sie den Song Can't Help Falling in Love von Elvis Presley, römisches Kreuz 42, und oht damit nicht nur die Coaches, sondern auch die Zuschauer vom Hocker. Vollid Das zum Beispiel